Ich schaue so, dass wir jetzt hier und die 2.001 verfreuen sich gerade mit Wolken. Und jetzt kann ich mal wieder, das ist total, dass ich da mal so eine große Idee gehe. An dritter Stelle die 2.009, auch für mich eine Überraschung, der muss durch der heutige Akte der Leuchte stehen, so dass sich die Fahrer dort so versuchten. Und jetzt kann ich mal wieder, das ist total, das ist total, das ist total. Das ist total, das ist total.